Wuchtnähe, der Radeln. Geht, oder? Rund. Muss da was rankleben. Unrund. Oh, Unwucht. Hans, der Kleber hat ja schon eine Unwucht. Wollt's dann aber Geräte reinkriegen. Die hab ja Minimaltrat jetzt. Genau. Und da hab ich meinen Ofen schon so extrem gemacht und das wollt ich immer schon mal probieren. Oh, ich könnt ja auch ein bisschen nehmen. Oh, ja. Hä? Jetzt halt das Nerf an. Hallo, Dani! Servus! Das ist der 47er, so ist der 3 und 3. Der ist schuldig. Zwei Sätze haben müssen. Zwei Sätze? Je neuerst du sagen. Ja. Der hat wieder um die länglichen Künste in der Mitte, gell? Ja, das ist wie ein Botteisch, jetzt der rutscht zu fest. Ja, ein halb acht Set ist das dann, oder? Reifen, neu, rund, mit eckig. Du musst ja noch wuchten, oder? Ja. Damit sie unwund wären. Ja, die wucht man jetzt, ne? Mit dem wucht man. Dann drehen wir anders von uns. Das heißt, wenn wir dieselben Sätze kaufen, oder? Warte, warte. Ja, das ist für die Füfte ja nix. Das muss da zwei gleich. Das ist das Wuchtwasser. Das Wuchtwasser. Das Wuchtwasser. Am rennen. Also auch nicht mehr wie die Pollein. Und dann... Die anderen, mein bestens, geben ein paar Abgeheuer noch. Etwas... Ja, so dünnig, kleine Pins. So ähnlich wie der Hohschott. So, und jetzt will ich natürlich das rauf. Ja, dann ist jetzt ich. Da ist jetzt ich. Ewigst haben wir ca. zwei Nägel. Boah... Soo… Warte, sucka wie der... Die Ker cuarto. So g0rゃ nix. Volle, jetzt ist vorbei.